ZUKALMEN! 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 Wir werden gleich noch was für euch spielen. Aber wir müssen dann nochmal Schluss machen, sonst können wir ja nicht wiederkommen. Das ist der Fluch des Süßlos. Du kannst nicht wiederkommen, wenn du nicht zwischen uns gehst. Und wir werden aufgehen und wir werden uns zurückziehen in unsere Heimatstadt. Und kommen dann aber wieder Ende November. Wir laden euch nochmal mit Nachdruck ein. Magamia, New York, New York heißt die Show dieses Jahr. Ihr seid also eingeladen, wenn ihr ein bisschen was lecker essen wollt und wirklich eine grandiose Show sehen wollt. Dann kommt vorbei, besucht uns und unsere künstlerischen Kollegen im Erwein Kapitol. Das ist im Ostra gegeben. An der Messe, könnt ihr also gar nicht verfehlen. Wird uns freuen, wenn ihr das ein oder andere Gesicht dort wiedersehen. Wir sind lang genug da, bis zum 11. Januar. Also bleibt uns gewogen. Und wenn ihr heute ein bisschen Spaß hattet, besucht uns im Internet www.fireworks.de oder bei Facebook. Es wurden heute viele Fotos gemacht, viele Videos. Hier läuft es immer noch. Der Akku ist der Hammer. Ich glaube... Das ist doch keine Handtasche, das ist eine Autoballtree. Herzgrüß. 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 Auf jeden Fall, es gibt selten Auffritte von uns, die so hart dokumentiert sind wie heute. Das heißt, wir bedanken uns bei euch für den schönen Sonntag. Es hätte nicht schöner sein können. Wir hatten viel Spaß und wünschen euch noch einen schönen Ausklang der Woche. Das war gut gewesen, die wir haben. Auch da die Gäste haben. So, wir machen viel Wohl. Dann sehen wir uns bei Makaria Ende November wieder. Vielen Dank, Christi. Vielen Dank, Kaufer. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.